Hallo, hier sind Tanja und Daniel mit dem Podcast des Jobcenter Berlin Reinickendorf unter dem Motto Zukunft zählt. Und weißt du, worum es heute geht, Tanja? Wir beschäftigen uns mit der Frage, was ist eigentlich eine Komfortzone? Tja, also ich denke, das hat ganz viel mit Routine zu tun. Wenn du zum Beispiel jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit fährst, jedes Jahr den gleichen Urlaub abrufst und immer ins gleiche Restaurant gehst, dann befindest du dich mitten in deiner Komfortzone. Da stimme ich zu. Vorteil ist, dass du wahrscheinlich schön entspannt bist. Du kennst den Tagesablauf, weißt, was dich erwartet und kannst dich auf den Urlaub, in dem Fall in vertrauter Umgebung, freuen. Ja, herrlich. Ich fahre zum Beispiel jedes Jahr im Februar an denselben Ort zum Skifahren. Ach. Ja, immer ins gleiche Dorf und das mache ich seitdem ich fünf Jahre alt bin. Also ich kenne alle Skipisten auswendig. Ich kann da mit geschlossenen Augen runterfahren, total entspannt und ich gehe auch immer ins gleiche Restaurant und bestelle das gleiche Essen seit Jahren. Also du musst über nichts nachdenken, sozusagen. Über nichts. Also es hört sich super an. Also so stelle ich mir Urlaub vor, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist auch echt perfekt. Umso mehr, muss ich sagen, hat es mich letztes Jahr aus der Bahn geworfen, als mein Restaurant geschlossen hat. Oh nein. Ja, die Betreiber haben sich zur Ruhe gesetzt und die haben leider keine Nachfolger gefunden. Jetzt kann man da noch einmal die Woche Kaffee und Kuchen essen. Ja, das ist aber traurig. Ich hoffe aber trotzdem, du hast was anderes zum Essen gefunden, eine Alternative sozusagen. Ja, wir haben eine Alternative gefunden, aber ich finde es immer noch schade. Ich finde, ja, so eine gewisse Stabilität ist auch schön und man braucht auch so eine Basis im Leben. Ja, total. Familie, Freunde, Orte, die einem wichtig sind. Aber ich kann nicht beruhigen, Tanja, nichts bleibt gleich im Leben. Eigentlich verändert sich immer ständig irgendwas. Und wenn wir damit nicht umgehen können, werden wir halt unsicher und haben Angst, uns neuen Situationen zu stellen. Wir sind halt einfach nicht geübt darin, mit Veränderungen klarzukommen. Ganz normal. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ich denke, wenn sich etwas unerwartet verändert, ist es schon in Ordnung, das schwierig zu finden. Das wissen wir ja alle spätestens seit der Corona-Pandemie. Corona, ja. Aber ja, wir müssen uns, wir müssen für uns eine Lösung finden und nach Möglichkeiten suchen, damit umzugehen. Denn sonst fühlen wir uns hilflos. Und ich finde, ja, für mich fühlt sich das immer so an wie gelähmt. Ja, wenn wir nochmal zu deinem Beispiel zurückgehen. Wenn du dir jetzt kein neues Restaurant suchst oder gesucht hättest, dann bleibst du eben zu Hause sitzen. So, dadurch wirst du aber nicht dafür sorgen, dass alles so ist wie vorher bzw. dass du was zu essen kriegst. Insofern wirklich aktiv werden und selbst nach Lösungen suchen. Aber sag mal, warst du wirklich noch nie woanders Skifahren? Ach doch, ein paar Mal schon. Ja, aber da stand ich wirklich auch total unsicher plötzlich auf meinen Skiern. Ich war das einfach nicht gewöhnt und habe aber dann im Nachhinein festgestellt, dass ich dadurch besser geworden bin, weil ich mich den Bedingungen anpassen musste, meinen Fahrstil anpassen musste. Und ja, dadurch habe ich mich, obwohl ich mich erst viel schlechter gefühlt habe beim Fahren, weiterentwickelt. Verbessert. Also anders formuliert, du hast quasi deine Komfortzone verlassen und diese erweitert sozusagen. Musstest dich zwar dafür überwinden und anstrengen, aber am Ende des Tages hast du im Grunde dich weiterentwickelt. Genau, ich habe was dazugelernt. Super. Also ja, ich denke, wir können durchaus ein paar Vorteile zusammenfassen, die sich ergeben, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Auf jeden Fall. Vor allem, genau, wir üben mit Veränderungen zurechtzukommen und sind dann viel besser aufgestellt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Und wir verlieren die Angst vor Neuem, wie du in deinem Beispiel gerade benannt hast. Und das stärkt natürlich unser Selbstvertrauen. Und wir werden offener und flexibler, mit neuen Situationen umzugehen. Richtig. Und indem wir die neuen Herausforderungen bewältigen, entwickeln wir uns weiter. Also ich finde, es klingt so, als sollten wir öfter, als sollte jeder öfter mal seine Komfortzone verlassen. Das stimmt. Ich glaube, das ist sogar total wichtig. Dabei, ja, da lohnen sich ja auch schon kleine Schritte. Ich muss ja jetzt zum Beispiel nicht von einem Hubschrauber im Hochgebirge abgesetzt werden und dann durch den Tiefschnee senkrecht runterfahren. Ja, vielleicht fangen wir wirklich mit kleinen Schritten an, die dich irgendwie im Alltag begleiten oder die man bewältigen kann. Was fällt dir da so ein, um dich da ein bisschen herauszufordern und die Gemütlichkeit so ein bisschen hinten ranzustellen? Ja, ich würde sagen, das können Sachen sein, die auch durchaus Spaß machen. Man muss die nur auf dem Schirm haben und machen. Die müssen einem irgendwie mal aus dem Alltagstrott rausholen. Ich überlege gerade, vielleicht wäre es sinnvoll, mal mit einem Kollegen oder einer Kollegin essen zu gehen, mit der man sonst nie essen geht, mit der Person. Mal gucken, was die so zu erzählen hat. Eine total super Idee, finde ich. Genau. Was mir noch einfällt, ist, ruhig mal eine Aufgabe übernehmen, die man normalerweise fast schon automatisch ablehnt, weil man nämlich denkt, das können die anderen eh besser. Ja, sehr gemütlich, sehr einfach. Einfach mal ausprobieren. Ja. Kenn ich. Oder eine Fremdsprache sprechen, die man nur in der Theorie sprechen kann oder die man nur erlernt hat. Einfach trauen. Ist auch so eine Hemmschwelle, die man da überwindet. Personen, die man sympathisch findet, einfach mal ansprechen. Oh. Ist auch immer super. Guter Tipp. Mir fällt noch ein als Sportler, vielleicht mal zum Volleyball, vielleicht sollte ich mal zum Volleyballtraining gehen. Also ich spiele keinen Volleyball und ich kann keinen Volleyball. Ja. Aber vielleicht sollte ich es einfach mal ausprobieren. Stimmt. Besteht die Gefahr, dass man sich so ein bisschen blamiert und es aber kann ja total Spaß machen. Ja. Ich war zum Beispiel mal beim Sumba-Kurs. Und? Ja, das hat nicht so gut geklappt. Okay, also bist du mittlerweile kein Profi. Ich bin kein Profi, das war irgendwie nicht meins. Ich bin da nur rumgestolpert, aber immerhin weiß ich jetzt, dass es nichts für mich ist. Und ja, jetzt kann ich mich anderen Dingen zuwenden. Und das ist, glaube ich, das ist auch noch ganz wichtig. Klar, Scheitern gehört dazu, ist Teil des Prozesses und so. Nicht so schlimm. Niemand garantiert uns eine hundertprozentige Erfolgsquote, wenn wir was Neues wagen. Aber, Tanja, wir sind auf jeden Fall um eine Erfahrung reicher, so wie du mit dem Sumba. Genau. Und du hast was Neues dazugelernt. Und es kann ja auch klappen, ne? Ich meine, letztendlich sind wir mit diesem Podcast ja auch aus unserer Komfortzone rausgegangen. Das haben wir ja auch noch nie vorher gemacht. Das stimmt. Und was soll ich dir sagen? Mir macht es immer noch viel Spaß. Ja, es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, probiert ruhig mal was aus. Wir sind gespannt und wünschen euch viel Spaß dabei und vor allem einen wunderbaren Start in den Sommer. So sieht's aus. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.